Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir müssen jetzt Duncas nur noch erzählen, dass wir die Leute von der Mine gerettet haben. Die Mannen, die Operativen, wurde und wird verabschiedet. Ja, die du Freed sagte mir. Von jetzt an, du bist mein Karantz, mein Freund. Du wissen, wie ich meine Truste in dein Klan verabschiede. Just als Trees growt, nachdem wir geschehen. Danke, Duncas. Ich bin honnend. Will du uns den Mannen jetzt? Wenn du es verabschiedet hast, würde ich ihn selbst empfehlen. genug Blut hat sich verabschiedet, und er wird nur noch mehr für ihn. Since er liebte die Forest zu dem Punkt, um für ihn zu verabschieden, er wird es verabschiedet werden. Every day, er wird verabschiedet, was deine Mannen wird verabschiedet. Every day, bis der Ende des Lebens. Das ist das Verabschiede zu dir? If I explain to Sir de Causillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Duncas. It is a wise sentence. Is there anything else? Nö. I must leave. Goodbye, Duncas. Qua awolum seg. So, und jetzt habe ich ja nur noch Siora. Und hier halt Abschied von der Königin nehmen. Ach so, äh, ich muss das erst mal aktivieren. So. Siora. Asir. Always with your new friends. Bertir Tumad Iseld. I'm happy to see you. What do you want? I'm only here to accompany Siora. I came to give our mother back to the earth, Iseld. It is high time we did. I know. Performing the ritual might help me feel less empty. I was afraid I would not do things properly. Geh mit Siora zum Grabhügel. Okay. Wo soll der denn sein? Irgendwo hier in der Nähe, dass ich dorthin reisen könnte. Ich gehe da mal nicht von aus. Toll, jetzt sind wir ja hier. Boah, ich bin so doof. Ach, der ist ja gar nicht weit. Der Grabhügel müsste dann irgendwo da oben sein. Das ist nicht der Grabhügel. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall einen Trank gefunden. Wo muss ich denn dann jetzt schon wieder hin? Die Karte macht mich wahnsinnig, dieser Kompass hier. Ich muss mal auf die Karte gucken. Da nicht. Ich muss hier hoch. Und dann muss ich... Aha. Okay. Aha. Ich könnte rein theoretisch auch, wenn ich ganz nach rechts gehe. ganz vorbei gehen. So. Ich muss weiter gehen. Irgendwas ist hier. Kann ich denn nicht von Feuer zu Feuer reisen vielleicht? Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Ah. Scheiße. Ich komme da nicht hoch. Okay, dann kommen wir da nicht lang. Ich bin sowieso schon viel zu weit wieder. Ich bin schon viel zu weit. Oh, ich raste aus, ey. Wo muss ich denn denn jetzt hier hin? Momentan bringt mich die Karte richtig zur Weißgut. So. Ah. Da ist auch noch was. Hier kann man auch noch hoch gehen. Okay. Schilder wären mal gut. Eine einfache, simple Beschilderung. Oh, ich bin schon. Oh, mein Schuss. Ähm. Was muss ich überlegen? Ich bin jetzt die ganze Zeit auf... Ah ja. Das sieht sehr gut aus. Was ist das? Das ist voll so. Das ist voll so... Huch mein Gott, ey, dieser Frucht hat mich jetzt erschrocken. Oh, ich wusste nicht. Okay, wir müssen aber auch erstmal hier lang. Ich hab' ich gerade gesehen. Da, da, hier komm' ich hoch. Okay, ich speicher. Wenn sie dazu sagt. Waren die anfällig für Magie oder für... Ja, Mann. Um, drink the potion? Das war die potion, alles klar. Das war die potion, alles klar. Das war's für mich. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hab' den Kammerjäger, vor allem auf Kammerjäger. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Das war dein Englisch. Mann! You have no magic light! Drink a potion! Move away! Things are about to get dicey! You're running out of energy! Drink a potion! So, den habe ich. Meine Güte, war das gerade wieder schwer. Ich hasse diese Viecher, ehrlich, ey. Aber man kann eigentlich so gut wie nichts dagegen machen, oder ich bin einfach nur zu dumm dafür. Ich habe mich nicht mehr gesehen, oder? Ich habe mich nicht mehr gesehen, oder? Okay. Mein Gott, ey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Ist sie denn noch mit jemandem beschäftigt? Was macht sie denn da hinten mit dem Ding? Hä, hier ist es weg. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Ja! Oh! Na, die machen wir jetzt ganz schnell tot hier. Schön, dass wir das jetzt tun können. Ja, wir brauchen auch ein Sensors, speziell für die Ritual. Wo können wir sie finden? Es wäre ideal, wenn wir sie selbst craften können, aber sonst wird es die Village Artisan. Und ich werde auch ein Mortuary Lotion brauchen. Ich werde sie mit meiner Mutter mit ihr, bevor ich sie zurückgegeben habe. Ich werde Ihnen eine Liste, denn wir müssen es uns selbst vorbereiten. Die Merchants werden nicht verkaufen. Ich finde das geil, dass sie uns das nicht früh genug Bescheid gegeben hat, dass wir das jetzt erst jetzt alles holen sollen. Wo soll ich das denn jetzt alles besorgen, ey? Das macht mich jetzt schon wieder fertig hier. Erhalteräuchergefäße, Basamierungssalbe. Kann ich wieder rausgehen? Jetzt kann ich nämlich wieder rausgehen. Hä? 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 Ähm... Was? Was gibt es ja auch noch? Warte, das ist ja auch noch ein bisschen zu entdecken. Ich habe noch eine alte Blasmium. Aber ich habe nochmal eine kleine Schlüsse. Aber ich habe noch nicht gefordert. hier ist noch die königin und so weiter und so fort das heißt ich kann jetzt ohne scheiß wieder zurückkehren weißt du wie lange das wieder dauert hier hinzukommen gerade das kotzen das pure kotzen krieg ich gerade jetzt kann ich nämlich den ganzen schatten will ich zurück latschen oder wie wie soll ich das jetzt verstehen ich verstehe es wirklich nicht okay jetzt geradeaus direkt links halten geradeaus und direkt links das war falsch das wollte ich nicht weiter links halten hier dann einmal herum man hätte einem ja auch vorher sagen können was man braucht bord tier to mark you as your friend look beautiful things to exchange ja dass man gucken was da hast hier räuchergefäße gucke mal brauchen wir noch mal zwei so aber was brauche ich für die balsamierung salbe ich weiß es nicht habe ich da schon alles für ich brauche jetzt einfach nur so ein tisch oder ich brauche ein lager nein lagerfeuer brauche ich ich brauche ein scheiß lagerfeuer nur die sachen doch auch herstellen können vielleicht habe ich ja schon alles für diese balsamierung salbe so hier ist der werk tisch bei der balsamierung salbe so viel brauche ich von harz haben wir das ok aber das finde ich jetzt schon wieder so nice da dran dass sie jetzt die schicken dich jetzt zwar wirklich wieder zurück und du musst das alles wieder besorgen und herstellen regt ein auf hat mich auch aufgeregt aber die sagen jetzt ganz ehrlich so ja aber wir beamen dich jetzt auch wieder dahin wenn du da jetzt wieder hinten möchtest und das finde ich zum beispiel wieder richtig nice das fehlt mir bei vielen spielen bei vielen rollen spielen fühlt mir das hier we are it is on this stone altar that we will place the body of my mother we must place a sensor where her head will be and another near her feet and then you will have done everything you could to help me and I am infinitely grateful for it your presence by my side means a lot to me but only my sister and I can participate in the ceremony this is how our ritual of the dead is performed do you understand klar there everything is in place thanks again honor manawi my sister should be joining me soon you should wait outside oh these rituals are demanding but they help us to say goodbye to those we love you have been a true friend occurrence accepting to help me the way you did thank you I will never forget the kindness you displayed conforming to our customs and staying by my side it's only natural seara I know what it feels like to lose someone who is dear to you we should go now it is time to return to the living it is time to return to the living schön freundschaft über alles freigeschaltet oh do you need something how did you know that those missionaries were lying after all given the situation your mother could have wanted to form an alliance i knew my mother well we were close she would never have renounced her beliefs to forge an alliance she could have done it out of pure necessity the forces of the alliance are fearsome you do not understand my people are defined above all by their beliefs our bond to this island is our soul renouncing it to avoid one enemy means letting another enemy win anything else sie fragen was ist denn jetzt los warum sie und ihre schwester so unterschiedlich sind was sie jetzt vor hat wieso habe ich bei ihr jetzt so eine herzchen ding i must leave you see you later bei ihr habe ich jetzt ein herzchen ding warum nicht bei kurt greenblood my friend ja do you need something ich ziehe frauen an ja wir machen das herzchen warum sind sie und ihre schwester so unterschiedlich warum sind sie und ihre schwester so unterschiedlich ihr sagen wie froh du bist dass sie sanfter als ihre schwester ist oder sie fragen wie sie als kind war nie dass sie sanfter als ihre schwester ist i have no trouble believing it and i'm glad that out of the two sisters it is the gentler one who is by my side now jentler really the lion soldier on the battlefield would not have agreed anything else was hast du jetzt vor was hast du jetzt vor was willst du jetzt machen willst du jetzt machen willst du wieder den donegad von deinem clan werden ich werde das wahrscheinlich machen aber nicht jetzt ich habe noch viel zu finden von deinem side ich habe noch viel zu finden von deinem side ich bin sehr glücklich dass ich dir das ein bisschen länger gefühlt bin ich bin sehr glücklich dass ich euch jetzt viel zu haben ich habe noch etwas zu tun ich bin sehr glücklich dass ich mit euch bin auch etwas zu tun ich bin sehr glücklich dass ich mit euch bin ja das mit der romanze kriege ich irgendwie nicht hin ich weiß nicht so die ich glaube ich das ist bei mir so ein mass effect dragon age die kriegt das glaube ich nur da so wirklich Wer ist denn das Ding hier? Ach! Ja, klar, wir sind hier an dem Ding, an dem Abhügel. Logisch. Ja, dann haben wir ja jetzt nur noch die Hauptmission vor uns. Und das war's. Können wir noch mal gucken, an dem Tisch gleich, ob wir noch ein paar Getränke noch vorbereiten können. Denn ich habe die Befürchtung, dass das jetzt das letzte sein wird mit der Hauptmission. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jetzt noch so lange geht. Warte mal. Mal eben auf die Karte. Ja, dann können wir direkt da das Feuer mitnehmen. So. Dann gucke ich mal direkt hier nach, ob ich hier noch ein paar Tränke fertig machen kann. Großer Nebel, 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 Nebel. Oh, meine Zeit ist doch abgelaufen. Dann gucke ich mal, was ich hier für Tränke fertigen kann und sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Alls. Another day.